Hauptsymptomatik der Angststörungen ist die unrealistische bzw. übermäßig ausgeprägte Angst. Man unterscheidet die Panikstörung, die generalisierte Angststörung, die gemischte Angst und Depression und die spezifischen Phobien. Und nun die gute Nachricht. Allen Formen der Angststörung ist eines gemeinsam. Sie lassen sich alle zu allermeist gut behandeln. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich sage nur, dass Sie einen sehr realistischen Grund haben, zu hoffen, dass Sie Ihre Angst ein und für allemal loswerden. Packen wir es an.